Benni, bist du in die Wilde reingegangen? Nein, ich steh hier oben. Ich wollte jetzt so reinge... Achso, du willst ja gerade rein. Jetzt bin ich wieder da. Problem ist, da unten steht ein Skelett. Hast du ne Spitzhacke? Ja, hab ich. Gerd, ich brauch Steine. Problem ist, da unten steht direkt ein Skelett. Ja, ich weiß, das ist auch der miese Penner, der mich direkt angeschossen hat, als ich da drauf gestoßen bin. Hab ich Steine in die Kasse Steine? Ja, ich hab Steine. Okay. Kann der einer einen Feuerstein gebrauchen? Ne, aber lass den Feuer in die Truhe. Pack den in die Truhe. Feuerstein können wir später gebrauchen, wenn wir Feuerzeuge und so bauen. Wenn mal ein Haus ganz schnell weg muss. Mies, 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 mies. Tot. Geil. Was denn? Hallo? Also da rein zu gehen ist tödlich. Äh ne, wobei das Eisenerz klau ich mir jetzt mal. Weil dann mach ich mir ne Eisenspitzhacke, falls ich irgendwas finde, was ich mit Eisen abbauen muss. Ja, ich hab jetzt übrigens mal, äh, sechs Schwerter gemacht. Mhm. Und mach jetzt noch, äh, äh, sechs, sechs Spitzhacken. Also ich hab schon welche. Aber du kannst trotzdem sechs Spitzhacken machen. Ja, ist ja nicht verkehrt. Nee. Ich geh nämlich, ich muss nochmal zurück meine Sachen herzuholen, weil ich grad gestorben bin in der Höhle. Ne, weil ich denk nämlich auch, was wir haben, haben wir. Irgendwer hat jetzt ein Eisen geklaut. Ähm. Ich würd sagen, Werk, Werkzeug, äh, legen wir hier hinten in die kleine Truhe. Ähm. Ja. Nee, 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 nee. Werkzeug und Waffen. Können wir von mir aus machen. Ja. Für Essen im Blut. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, da benutztes Werkzeug reinzulegen, aber gut. Ja. Könnt übrigens zwei selbe Werkzeuge auch, ähm, in eurem Crafting Menü nebeneinander packen. Dann werden die wieder soweit haltbar gemacht, äh, wie die beiden Balken zusammen addiert ergeben. Ja, ja, das weiß ich. Boah, was ein Satz. Benni, ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, da unten reinzugehen. Ja, das Problem ist, da unten liegen dann meine ganzen Sachen. Was hattest du nur alles dabei? Komm, dir helfen. Ich hatte Essen, Schwert und sowas alles. Oh, Essen. Ich hab kein Essen mehr. Sollen wir da alle mal untergehen? Wir haben sowieso nicht viel. Ja, ich hab auch kein Essen mehr. Aber ohne Scheiß, das klingt so, als würden da mindestens 100 Leute rumlaufen. Nee, da ist ein Zombie, ein Skelett und irgendwas anderes, eine Spinne. Ah ja, da unten liegt dann ein Zeug auch liegen. Ja, das ist das. Sollen wir da mal runtergehen jetzt? Stürmen, komm. Reicht mir den Scheiß doch. Kann irgendwer Fackeln planten? Ja, kann ich. Hier. Sehr gut, weil dann kommen die nämlich immer noch... Also, ne? So. Brauche Essen! Oh, shit, da ist er. Ich hab was. Ich hab vier. So, soll ich dir was geben? Ja, bitte. Danke. Alles klar, aber ich glaub, die Höhle ist nicht schlecht. Die können wir bei Gelegenheit mal ausbeuten. Ja, ich hab nicht... Wenn wir irgendwie ein bisschen mehr Zeug haben, weil so ist das saugefährlich. Hier ist aber noch mehr, hier ist Spinne. Diese komischen... So, ihr beiden habt Eisen. So, ich hab jetzt sieben Eisen. Ja, ich... Creeper! Creeper! Man hat's gehört. Da war ein Creeper. Das war nicht zu überhören, liebster Gerd. Da oben ist Eisen. Hallo, irgendwer da? Ja, ich hinter dir. Nö, alle weg. Gibt Mittag oder so. Ja, wahrscheinlich. Da seid ihr. Äh, nehmt die Pilze auch mit. Später für Pilzsuppe. Boah, es mischt ja das Eisen. Hier oben. Äh, ich brauch Fackeln. Ich hab leider auch keine. Äh, Leute, es wird dunkel. Ja, aber ich würde jetzt hier irgendwie am liebsten noch weiter runter gehen, weil hier geht's echt weit runter. Ne, ich würde sagen, wir legen uns erstmal ins Bett. Geht's denn hier wieder raus? Ah, okay, Nick. Ich hab Kohle. Ja, ich hab ja auch ganz viel Kohle und anderes Zeug. Also von daher, ich... Äh. Ich baue einfach auch Kohle ab jetzt. Noch ein Creeper. Ja, dann müssen wir uns da unten aber einsperren, ne? Wieso? Weil sonst Zeug auch von oben nachmobbt. Ja. Wenn wir aber weiter tiefer sind, dann war's. Ne, Gerd Sammelchen. Boah, ich bin schon auf Höhe 18. Ich bin fast auf Diamantenhöhe sogar schon. Ich bin auf... Und hier ist richtig viel Kohle, also das nehme ich jetzt definitiv alles mit. Ja, wo seid ihr denn? Ey, wo kann man sehen, auf welcher Höhe man ist? Ach hier. Ey, wenn du F3 drückst, der dritte Wert bei XYZ. Banda, der nickt gerade etwa hier runter. Oh ja. Ich bin ganz unten in der Höhle. Da ist auch mit Fackeln abgesteckt, wo ich lang gelaufen bin. Ich wollte gerade sagen, irgendwie baut sich das gerade schneller ab. Bis ich dann gemerkt habe, Mario baut ja auch ab. Aber viel Kohle ist schon mal gut, weil Kohle braucht man immer en masse. Ja, YouTube-Money. Hast du so viel, dass du das auch in den Ofen schmeißen kannst? Ich kann mir damit den Hintern abwischen. Brauchen wir den Granit? Das kannst du vielleicht höchstens als Deko-Objekt benutzen. Wobei, ich finde, es sieht nicht besonders dekorativ aus. Irgendwie nicht so. Wie macht das für mich? Hat irgendwer eigentlich... Ich glaube, irgendwer hat Eisen gefunden. Kann das sein? Ja, ich habe den Eisen gefunden. Okay, das ist ganz gut. Dann sollten wir gucken, dass wir uns irgendwann auch mit Rüstung ausstatten allesamt. Wobei, wenn wir jetzt noch so wenig haben, dann würde ich sagen, ist es vielleicht sinnvoller, das in Sperrter zu investieren. Oder in Eisenspitzhacken. Nick, hörst du das auch bei dir? Das Lachen? Die Haufen Zombies? Mhm, höre ich auch. Wieso das Lache, Mario? Da war auch ein Lachen. Und ein... Wenn da ein fieses Lachen war, dann kann das sein, dass du eine Hexe in der Nähe hast. Ja, das hört sich auch noch Hexe an. Ich höre es jetzt gerade nicht, aber kann gut schon sein. Oha, Alter. Ja, Hexe. Ja, ist eine Hexe. Wo bist du denn? Hier. Ah, du stehst... Äh, stimmt. So, ich würde die Gänge mal abgehen, weil da ist noch viel, viel Eisen zu holen, denke ich mal. Ja, und... Woher kenne ich denn Eisen? Was? Für mich sieht das alles hier irgendwie gleich aus. Ja, Eisen... Hier ist auch viel gleich. Da sind solche Partikel drin, quasi. Da sind so Partikel in der Wand, Gerd. So. Bräunig, oder was? Ja. Also, was ich gerade hier im Buchwort habe. Bronzefarben. Ah, okay. Ja, ob es jetzt Bronze... Ich würde eher sagen Beige. So ist es zumindest bei mir. Ja. Ja, bei uns, klar, äh, Nick. Weil wir Texture Pack drin haben. Ja, ich habe auch Texture Pack drin. Ich baue hier mal fleißig weiter Kohle ab, ne? Ja, ja, ich bin auch dabei. Ich schweckstext Pack. Bis 18 Eisen. Ist aber ganz gut, dass wir hier reingegangen sind, allesamt. Creeper! Weil hier gibt es echt viel zu holen. Ja, Gerd hat es gefunden. Was? Gerd hat gesagt, ich habe da schon ein Loch gegraben. Ja, ja. Das stimmt, Gerd hat mit dem Loch ein... Äh, Creeper, irgendwie... Da war ein Creeper. Das ist... Ja, hast du den auch gehört? Ja, ich habe... Ich habe ihn gehört. So weit kann es nicht weg gewesen sein. Enderman! Oh, die sind... Oh, die mag ich gar nicht, die Viecher. Allein schon das Geräusch ist schlimm, finde ich. Ja, deswegen gehe ich da auch jetzt weg. Hallo! Hallo! Ohne Scheiß, das ist tatsächlich... Also wenn ich das Geräusch höre oder die sich teleportieren, da zucke ich jedes Mal zusammen. Das ist richtig schlimm. Ja, das... Gibt nichts Schlimmeres als ein Enderman. Das Schlimmer ist, als wenn es draußen dunkel ist. Wo ist denn Nick schon wieder? Wenn ich das wüsste. Keine Ahnung. Also ich bin hinter dir, Mario. Aber hier bin ich jetzt wieder da, wo wir gerade eben so steil runtergegangen sind. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter, wo kommen die alle her? Oh. Äh, wo kommen die alle her? Okay, ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich glaube, ich habe den Enderman angeguckt. Das heißt? Dass ich jetzt gleich tot bin. Ganz konkret. Alken, Benni, ich habe dein Zeug so weit angesammelt. Ich... Ja. Alles klar, hier kommt er nicht rein. Alter. Wo kamen die scheiß Zombies denn alle her? Ich habe doch gesagt, wir müssen Jungen zumachen. Alter, ist das assi. Weißt du, da kloppe ich einen Block weg und dann guckt mich von oben ein Enderman an. Ah ja. Ähm, ja, fuck it. Ich habe keine Ahnung, wo unser Ausgang ist. Oh. Ach, doch, hier, glaube ich. Ah, Enderman. Haha, Enderman. Geht noch nicht hin. Oh, fuck. Gerd, geht noch nicht hin. Alter, er macht richtig eklige Geräusche. Ah. Oh, Junge, habe ich mich verjagt, ey. Alter. Boah. Ähm. Wie besiege ich jetzt den Enderman? Das heißt, den darfst du nicht angucken, oder was? Nein, den darfst du nicht angucken. Bei mir war das richtig fies. Ich gehe da den Gang lang und der guckt über die Kuppe. Du darfst die Füße gucken, oder was? Ja, den darfst du nicht in die Augen gucken. Jetzt mauert der Gerd den ein. Also, Gerd, wenn er dich schon angeguckt hat, also das bringt meistens nicht so viel. Er ist weg, Gerd, er ist weg. Die können sich nämlich porten. Also, ich konnte den hier oben... Ich höre immer noch den Enderman, der mich verfolgt. Wenn der hierher kommen würde, könnte ich den kaputt holen. Ja, ich höre den auch. Da hinten ist ein Skelett. Seht ihr den auch irgendwo? Creeper! Löst den Creeper aus, Gerd! Dann geht das Skelett kaputt! Seht ihr den Enderman irgendwo? Nö. Aber ich glaube, Gerd hat gerade das Skelett kaputt gemacht. Ja. Skelett und Creeper ist tot. Alles klar, ich höre nur noch den Enderman. Oh, boah, hier oben ist Eisen. Und ich hasse das Geräusch. Ah, Skelett, 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 Skelett! Äh, der musste da irgendwo sein, dieser Drecksenderman. Der ist bei mir in der Nähe, der ist bei mir am Hof hier. Da, wo wir immer sind. Echt, ist der oben? Ja, der ist bei... Ja, der ist oben. Oh, oh, Skelett. Das ist mies, weil ich dich hier oben hoch gucke. Das Problem ist, ich... Ich kann nur umstehen. Hier oben ist auf jeden Fall der Ausgang. Ich kann aber nur noch hier oben stehen. Vorsicht, hier ist ein Skelett. Die Creeper? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich muss aber auch jetzt erst mal was essen. Wo ist der Enderman? Alter, hab ich mich verjagt bei dem scheiß Enderman. Keine Ahnung, der war da hinten irgendwo. Okay, ich habe leider das ungute Gefühl, dass ich gleich draufgehe. Da ist er, da ist er, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ah, da ist er! Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe... Ich höre aber noch einen. Hier ist auch wieder ein Zombie. Charsten? Den Zombie, klar. Ich höre noch einen Enderman. Ich will den Enderman killen. Aber der ist noch nicht tot? Nein. Weil ich höre nämlich noch einen, deshalb, weil du dachtest, weil du sagst, dass ich habe ihn. Nee, den Zombie meint er. Der Enderman hat einen Erdbeer. Jawohl. Hab ihn! Hab ihn! Yeah! Boah, ey. Alter, ich habe mich verjagt. So, ich habe ihn. So, Leute, können wir hier einen Aufnahme-Cut machen, denn bei mir gibt es jetzt Essen? Können wir machen. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Und nach dem Essen machen wir weiter. Ja, klar, gerne. Enderman ist auf jeden Fall down und der Nick, der Drecksack, hat sich die Erfahrungspunkte gelegt. Alter, ey. Ja, dafür habe ich mich aber auch so krass verjagt, ey. Weil es er plötzlich vor mir stand. Unglaublich. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Tööööö. Bis gleich. So, Essenspause vorbei. Wir sind wieder da. Wir kommen zurück zu mei. Ja, es tut mir leid, ich muss irgendwie synchronisieren, du kennst das doch Jaja, synchronisieren, du kannst am Arsch synchronisieren, Alter Nee, ich synchronisiere lieber mit Sony Vegas Oh, da hinten Spinne, komm her Geht gut los Komm her Ich gehe mal wieder zu unserem Todespunkt Mal gucken, wie viele tausend Okay, hier stehen schon mal zwei Creeper, das ist schon mal geil Ich komme mal mit, ne Aua, Aua, geh weg, geh weg Geh weg, geh weg Ja, mitkommen ist gut, du brauchst eigentlich nur hier her Ja, ich seh's gerade Creeper Zwei Stück Oh, keiner mehr Scheiße Ja, das Loch flicken war am Tag, würde ich sagen Sonst geht da noch was hoch gleich Wir machen was mit dem Loch? Flicken Nicht das, was du gerne machen würdest Wir machen was mit dem Loch? Flicken Achso Zombie Zombie Bäm Zombie Bäm Zombie Bäm Bäm Meine Erfahrung Aschloch, ey Aschloch Aschloch Yun May Aschloch 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 Vielen Dank.